Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich auf ein anderes Wetter beteiligen, ihr habt letztes Mal zugesehen. Ja, immer mit der gleichen Scheiße. Ja, natürlich, Standard. Mit dabei wieder natürlich der Killerzwerg. Hallo. Und der Death280 aka Philip. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr, sagt er gar nicht wahr. Der ist übrigens auch im Livestream, könnt ihr mal ja vorbeischauen. Nein, bloß nicht, dann gucken sie immer bei mir vorbei. Nebenbei unsere Channels noch beide laufen lassen, alle Playlists durchlaufen lassen, denn wir sind klickgeil. Wissen wir sind Kicke-Heroes, was? Äh, äh, wo bin ich, wo ist mein, wo ist mein, wo ist mein, wo ist mein Hochsack? Keine Ahnung. Ich hab nur Shit drin, aber meine Waffe. Zuerst, was ich mache, wenn ich ein Scharfschuss und ein Gewehr ist, irgendeiner von euch ins Gesicht zu schießen. So, Hartlauch. Irgendjemand hat meine Sachen gelootet. Ich nicht. Meine Money. Ich bin nur die ganze Zeit am Host-Bone. Weil du ja mal wieder so langen AFK-Mausch. Äh. Ich geh jetzt mal wieder zum Tastatur. Ich geh jetzt mal wieder zum Tastatur. Ja? Also ne Waffe hab ich schon wieder, hab ich durch ne Kiste gelootet, aber wo sind, wo ist mein Drill-Instructor? Ich hab doch hier gestanden. Ich hab doch hier gestorben sein. So kann ich da nix hinbauen. Ich brauch nen Drill-Instructor. Ich kann nicht mehr buddeln. Leck ist doch. Leck ist doch. Meine Kiste, meine Sachen sind weg. Die ist vorhin. Gar nix, oder? Wie baut man denn sowas? Kann man sowas bauen? Was? So nen neuen Buddelgerät. Buddelgerät? Buddelgerät. Kann man schon bauen, wenn man weiß wie. Ja, das ist dort hier ja angezeugt. Also, Reaktor-Core. So, Scheißhaus gibt's ja auch wieder. Wie baue ich ein Buddelgerät? Ach, geh weg, ich guck nach. Der hat ja... Hast du nicht Zuschauer in Stream, die helfen können? Geh weg, ich guck nach. Wo kannst du denn nachgucken? Wir brauchen nur ein Kabel und fünf Metallkomponente. Davon hab ich leider gar nix. Dann musst du buddeln gehen, ja. Aber wir haben sowieso alles abgegrast hier in der Nähe. Außer das Prometium. Außer das Prometium. Außer das Prometium. Ich lauf mal in die Richtung. Wenn ich was finde, sag ich dir Bescheid, der ist. Ich hab Kobalt gefunden. Wie sieht ein Kabel aus? Wir fragen ja. Lang und dünn. Wie das geht? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab ne Hydra gefunden. Haben wir schon ewig gefunden. Oh. Nix Neues. Teil Komponente. Ja. Ich guck mir mal an, was der Klerzwerg da baut. Ich hab mir das noch gar nicht angeguckt. Sieht ja toll aus. siehst du auf mich sagt er zielt aber volles roh auf mich geht auch mal weg da was ist das ich kann ich kann das ist angeblich kann ich hier was machen core player faction ach so und das ist ich muss schon bauen oder hat jetzt eben auch noch ich habe eine trölle trölle dann brauche ich jetzt verdient meine und wo ist jetzt die oxy gehen du sagst im boden oder hast du schon habe ich noch nicht ja hier ist oxygen drin hier kann ich nicht ins loch gucken elf buchmültel waren gerade drin ach das loch ah jungen wieder aus das ist so lieb von dir indirekt aber ja keine stamina mehr wie mache ich denn das ding wie nehme ich denn das aus der constructions cue wieder raus ganz unten irgendwo müsste es drin sein nein ich meine dass das baut wie nehme ich das raus wie raus aus der schlange dass dir das baut du wirst das nicht mehr baut ja dann nach oben auf und dann kann ich raus klicken sagst du gleich naja sie schon zu spät oder nur gucken um meine pistole geht ich habe daneben geschossen keine angst ich habe zum kuchen zum essen gemacht ich meine in der zeit oder wirst du nicht saß im cockpit noch munitionen drin haben direkt gehe ich auch immer noch 50 alles gleich ich suche ein erz vorkommen aber vorher möchte ich gern was essen wo ist das teil jetzt aus dem dinge sehen eine küche haben wir noch nicht eine küche habe in bio habe gesagt was so und wo ist das ganze fleisch hast du das schon mitgenommen ich hab's noch drin ja dann komme ich zu dir und erst mal was dann mach der base nehme ich an der weg auf und rennen lauf forest wo gehe ich denn mal hin ähm ist der zu base ja aber danach meine ich ich gucke mal ob ich zu dem turm da hinten komme ich bin jetzt nämlich mit sauerstoff er weiß wieso ich bin gestorben wo ist essen in der base endlich hat er es gefunden assembly grilled steak 100 hell 10 ja geil domina 20 das ist ja fett das zeug leider verderblich deswegen kann man nicht so viel mitnehmen da brauchen wir noch ein anderes system das ist meinetwegen stack war ist aber wenn es verderben bedorben ist dass es in einem anderen stack wandert gut dann esse ich jetzt was okay hat nicht so viel gebracht muss ich noch was essen muss ich alles auf essen gut ich werde aber mal in die richtung gehen von dem turm und mir das aus der ferne beobachten ist seitdem es dieses entwickler tool gibt namens unity gibt es voll viele solche spiele hier nicht gut es gefällt mir ich mag solche spiele wir haben keine energiezellen mehr als der ernst wer hat bestimmt die ganzen energiezellen oder was haha ich habe die im verbatim gemalt was für eine farbe sagen alle mögliche kennen sie das körper der new resource kober deposit auf zeit das ist eine drohne was macht ihr denn eine drohne verdammt habe nur noch sechs schuss ja das war's dann wohl ich muss zurücklaufen hast du noch ein paar schuss killer zwerg bestimmt irgendwo brauche hilfe folgt ihr mir immer noch bringt sie auch nicht zur base ich habe noch keine beteiligung gebaut äh doch nö äh ja ich tue es aber hm dann darfst du reparieren dann darfst du alles formen die haut mich die schießt auf mich die ist ganz gemein zu mir kommst du mir entgegen nö machst du die platt nö nö bitte ich habe nur noch einen schuss echt ach war nur noch fünf ok ja dann muss ich wohl sterben ich mach schon Klick 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 klick. Ich brauch ich brauch. Ich brauch ich brauch. Trill wieder. Ey geh los! Meine Güte. Ich wähle doch schon den Freitod. Warum brauchst du so lange, um mich zu töten? H isch. Timm ich schon,'ll dich nicht. So, Drohne. Haut ab oder? Ah, ich hab keine Trill-Munition. Oh, scheiße. Ich hab noch. Hier, komm her. Scheiße Drohne. Oh, diese fucking Drohne. Verpiss dich. Oh, scheiße. Bitte. Wo war denn der scheiß Ding da? Da. Das ist da. Oh. Ja, mein Rucksack ist auch weg, oder was? Ne, da ist er. Ist er das? Ja, gleich sowieso wieder tot. Wir sollen uns Salami machen, bis wir Dings, bis wir in den Kühlschrank haben. Bloß weg hier. Also, ich komm jetzt in Richtung Base und bring die Drohne mit, ne? Ich drehe die Einde auf. Vielleicht noch einen Schuss. Ich hab alles versucht, was geht. Die andere Machen habe ich noch nicht. Warte, ich laufe in die andere Richtung. Ich bin hier gleich wieder tot. Okay, bin tot. So, dann greifte ich jetzt das Ding, und dann... Der verfolgt dich trotzdem, der. Was brauche ich denn noch? Keine Ahnung. Wer geht, drop, mach schnell Munition. Wo hab ich die denn? Oh Mann, wo ist jetzt mein Rucksack? Ist ja das... Lass sie mich looten, dann krieg ich die Reconi. Was hast du für deinen Aim, Alter? Was? Hast du für einen Aim? Hast du ja Kaffee wirklich 20 Schuss für die gebraucht? Pro Emo? Nein. Da sind nur 19 Muni drin. Nein, da ist mein Rucksack. Hier, warte, warte, warte. Da ist der Drill Instructor drin. Und die Waffe. Hier, nimmst du mein scheiß Rucksack. Ich komm wieder. Nein. Oh, oh. Oh, ich bin da so... Ich bin da so voll. Ich kann eigentlich direkt wieder sterben. Ich will ja keine Muni erkennen mehr, ey. Ist doch zu boss. Oh Mann ey, mein Rucksack ist weg. Er ist weg. Oder du findest ihn einfach nicht. Ah, das ist nicht witzig. Ich bin geframiert. Ja, das ist... Hast du schon einen neuen Drill Instructor? Ja. Ja? Okay, dann ist das nicht ganz so schlimm. Kriegst keiner, das willst du, ne? Äh, ach, da hinten. Er leuchtet auf einmal. Eben hat er noch nicht geleuchtet. Ja, klar. Krieg dich. Tee. Da ist nichts drin. Doch. Nur ein Cheat, sag ich schon. Bug. So, unbedingt Munition. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Kann man nicht helfen, aber irgendwie erinnert mich die Musik an Morrowind. Das wär so gar nicht das schon wieder nimmer machen. Äh. Kabel fällen. Verdammte Scheiße. Ups. Wie kommt's hier ab? Ey. Ist sowieso leer. Du bist so ein Hurenbock, einer ohne Witz. Meine Anzeige ist kaputt. Ich seh keine Slots mehr. Echt geil, ja, ja, ja. Ich zaff, ich zaff, ich... Ach, Gott. Da seh ich wieder Slots. Seh ich hier auch Slots? Keine Punkte. Ich seh die Slots. Geil. Oh, hier sind Slots. Was soll ich das machen? Wessen Backpack ist das hier? Nichts drin. Ich nehm alles raus. Und dann ist er immer noch da. Okay. Ist komisch. Current Occupied by Killerzwerg. Hm. Ah, mal kurz. Bin clever, oder ich? Eine Minute sieben bis Sonnenuntergang. Ich mach grad nen Large Constructor. Und, äh, oh, cool. Und dann mach ich noch ein Tool für mich und dann noch 300 Schuss Muni für Pistole. Super. Oder warte mal. Ich steh hier so ein bisschen rum in der Gegend. Weil ich grad echt gar nicht weiß, was ich machen soll. Ich hab keine Muni. Die ganzen, in der Nähe, die ganzen Vorkommen sind abgefarmt. Das Magnesium, was vom, vom Schiff 380 Meter entfernt ist. Das ist leer, oder? Keine Ahnung. Hä? Hast du das Magnesium geholt, was 380 Meter vom Schiff entfernt ist? Auch schon. Wieso kann ich da nicht kramen? Hm, komm ich. Egal. Ich guck mal, ob ich graben kann hier. Hier geht's. Bei mir geht's nicht. Doch, jetzt geht's schon. Jetzt geht's, okay, gut. Was ist das hier überhaupt? So, Large Constructor, komm, wer fertig? Wieso geht das nicht mehr? Ach, kein Strom mehr. Okay. Oh. So. Okay, Large Constructor ist fertig. Dann hol ich mir nur kurz das Tool da raus. Und dann machst du 3, 3 Astle Rifles und 1000 Schuss. Hui. Oder auch nicht. Astle Rifle gibt's kein... Material. Sag doch wieder Astle Rifle. Hört sich besser an. Astle. Astle. Okay, Astle ist natürlich auch cool. Astle Rifle. Sag ich doch. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein komisches Viech. Von Wurm. Da hinten ist eine interessante Felsformation. Ich möchte da kurz hin. Oh, Silicon Deposit ist hier auch noch. Irgendjemand war schon mal hier. Hehe. Kobalt, Silikon, Silikon. Oxygen sieht noch gut aus. Food macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist so eine Hydra. Ich hoffe, die ist nett. Klappstuhl. Nein, es sieht nicht aus. Also Silikon ist einfach so oberhalb der Oberfläche. Wie wechselt man die Richtung von dem Gegenstand, mit dem man Platz hören will? Keine Ahnung. Anders hinstellen. Du kannst in der Taschensteuerung ändern, mit welchen Taschen du das Zeug drehen willst. Okay. Soll das das alles Silikon sein? Oder ist das da unter? Brushed Stone ist das doch. Wolltest du unter sein? Tatsache, unterm Stein. Bringt euren Scheiß nicht mehr ins Schiff, bringt ihn gleich wieder ins Haus. Aha. Weil ich leere jetzt mal das Schiff da. Kann ich nämlich im Haus gleich kröften. Und dann mache ich das Schiff hier flugtauglich. Und dann... keine Ahnung. Ja, und dann können wir uns mal weiter weg umgucken. Genau. Können wir zu dritt ins Schiff? Ja, wenn ich wieder solche Kabinen baue, dann schon. Cool. Nur zu. Ich würde gerne wissen, wie ich den Scheiß Block drehen könnte, den ich bauen will. Wie fisch meine Lichter da? Also. Haben Steine irgendeinen Zweck? Keiner antwortet anscheinend nicht. Steine. Steine. Da kann... Da kannst... Rockdust herstellen, das braucht man auch für irgendwas. Okay. Was machst du? Pissst du grad? Das hat sie... Das hat sich so angeburt. Hä? Da, du eine. Da, du eine. Der Dev. Pissst du, der ist noch woher. Der hat grad gepisst. Der ist ein Pisser. Du dumm und klein noch besser. Du dumm und klein noch besser. Hä, so tief, ey. Was tief? Silikon. Tja. Muss auch sein. Seit wann ist Silikon in der Erde? Tja. Wächst in Bäumen, oder nicht? Keine Ahnung. Es wächst gar nicht in Bäumen. Es muss hergestellt werden. Aus Kautschuk. Das ist ein Alien-Planet. Was wirst du davon erwarten? Aliens können alles. Ja gut. Wo ist denn dieser Salami geworden das jetzt? Was? Du wirst eine Salami? Was ist da? Silikon All. Silikon All? Oder ist das Silizium? Meinen die sie eigentlich Silizium vielleicht? Habe ich auch so das Gefühl. Keine Ahnung. Das wäre aber ein grober Fehler. Äh, was will die denn jetzt? Da. Kann ruhig mal wieder hell werden. Metal Komponents und Kontroll-Device. Oh. Ihr hatt's grad gekrummelt. Hier ist seit Stunden ein Gewitter. Trotzdem ist die Funkverbindung zu euch immer noch gut. Metal Komponents. Metal Komponents da. Und Kontroll-Device und Computer. Computers. Ich pack mal Kalko-Boxen hier hinten. Aber nicht ins Loch. Das Loch braucht mehr. Dann geht's auch sie gern. Mach am besten hier direkt an... Mach's hier an die Treppe hin. Kannst du die Treppe wegmachen? Nee, mach hier neben die Treppe. Dann kannst du genug Boxen hinstellen. Hier nimmt's ein oder wie? Braucht noch Lampen. Hm. Lampen, 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 Lampen. wieso nimmst du keine taschenlampe mit ich brauche keine taschenlampe wenn wir eine katze ich sehe nachts nur silikon ist schwer zu sehen so jetzt kommt die preiswahl komme ich hier wieder raus ja komme ich locker kräftischen aber ich weiß nicht ob da unten jetzt noch was ja das hätte ich eigentlich das ding dann jetzt hin keine ahnung kundin kommt es dann kein silikon dabei ich glaube das war es. naja noch ein steiner hat genommen immerhin das ist jetzt mit und so ist es noch mal obwohl nein ich habe zu wenig zu essen ich muss ich muss zurück scheiße wo ist nur eine lambe kommt 900 meter schaffe ich das noch computer computer da unten elektronik natürlich wieder ärgerlich dass ich das andere silikon nicht mitnehmen kann jetzt bald hinfliegen habe ich nicht mehr so viel ha ha ich habe eine heilstation hier echt ja eine die automatisch heilt oder wie mein leben ist voll wie cool aber dafür aus der energie oder wie haben wir ja einiges so oder auch nicht und dann gehe ich das kaum und wenn das ding jetzt für ihr fertig wird dann kann ich das da auch noch machen wo war es denn ja ein habe ich dann brauche ich noch zwei eins und zwei gut das passt ich bin ich in der linie wo mit kabel um man 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 ob es geht halt dass ich jetzt ja wir sind ah verdammt die scheiße hier 300 meter noch ich brauche was zu essen gibt es noch irgendwo was zu essen bei mir wo bist du denn im zuhause new base oder es geht nur bei es es geht gut in jubes anwes noch weiter weg kannst du mir entgegen kommen bitte das wäre ich möglich machst du es könnte ich schnörgelchen zwei perverse wo bin ich denn hier gelandet was ist der aus da kann man da kann man treppen bauen was sagt mir das kein wo es wusste nicht ist die was du hast da bisschen futter das ist eine salami oxygen funktioniert habt ihr gehört habt ihr gehört was oxygen geht auch du bist ein held ich weiß keine ahnung was ohne die farme hättest du keine haare ohne die farmer hätte keine ressourcen noch ein bisschen silizium mit oder silikon was komischerweise in der erde liegt weiß nicht silikon das ist der große große lampe hin hat er auch ein größeres und daniel am bild so crushed stone man wird jene menge so ist hell genug keine ahnung was einfach mal rein ist hell genug ja geht könnte ein bisschen heller sein aber geht leck mich am arsch wo ist die hielt station das ding mit den roten ding um ja ich merke schon ich bin ja gleich wieder komplett heile hoch genug wo bist du denn nach oben eier beleuchtung meine arsch beleuchtung ist das geil und den haben wir auch verbaustellen auch immer aber wir machen nicht so ein unfug damit und wenn wir das ein container das ein container kann ich nur sich reinpacken ist natürlich doch weil ich schon wieder immer hier so hier oder geht es jetzt meinst du so was soll ich komm weil das sieht gut aus ja da kann man eine landebahn draus machen junge wo aus den strahlern langsam gefällt mir das spiel richtig gut so jetzt wo ich die base hier sehe das ist echt cool gemacht aber weißt du was echt geil wär ein dach was ja das kommt schon hoch ein wasser wir brauchen ein wasserfilter ein wasserfilter wieso brauchst du wasser einfach nur ein wasserfilter trust me ok nein zuschauer ok warte mal haben wir munition ja ich gucke gerade ob ich mir das rausschnecken kann naja es ist schlecht aus ist denn erst mal fleisch besorgen weil wir haben auch kein fleisch mehr aber noch drei salami ich bräuchte auch mal ganz viele salami aber leute mal ganz im ernst dafür dass das spiel eine pre alpha ist ist das schon ganz schön weit muss man echt das muss man den entwickler mal was also wenn ich nicht da so an an ich ja gerne mit doch wenn ich daran mal zurückdenken wie lange die gebraucht haben im Moment fällt bei mir, dass ich mich daran bekomme. Keiner mit schmutzig. Ja das interessiert mich an Sch-eisig. Ich interessiere keinen, wenn ich denn den Entwickler in Arsch schicke. Ja. Ich bin interessiert das schon, wenn du jemand in den Arsch kriecht. Ich bin echt ein bisschen begeistert, dass das Spiel so gut ist. Obwohl das noch... Geh mal da weg! Aber ich muss was holen! Ich muss was rausholen! Dann kannst du gleich wieder rein! Ich bin echt, ich bin echt ein bisschen begeistert. Ohne Scheiß. Das kann ich wieder rein. Muss man echt mal sagen. Ich weiß auch, wie ich es vorgenehmen. Schleimscheiße. Wo ist das Oxygenzeug überhaupt? Ey, ist keiner am Constructor. Cool. Ist das Munition? Ja, da hinten im Eck gibt's Oxygen. Was ist das? Oh. Da hinten im gelben Eck gibt's Oxygen. Das sieht irgendwie nix. Na, dann mach ich in eine andere Form. Ey, ich weiß es nicht. Bathroom. Cool. Aber viel wichtiger ist Muni, ey. Powercoil, Flux. Kann man Munition nur im Kleinen? Nein, besprechen nicht. Ich seh die hier nicht, Mann. Geh weg. Ach, warte, die ist ja unter Waffen. Ist schon gut, ist schon gut. Oh, du Klinge, Alter. Ey, du kannst ja auch Racketen machen. Was ist das? 15mm für die Waffen? Nein. 9, glaube ich. Nee, hier. 50k. Also tja, ja. Glaube ich. Rocket-Tarret, wie cool. Rocket-Tarret, wie cool. Minigun-Tarret, wie cool. Oh, wie schwul. Nee, ich bin schwul. So richtig cool. Mega cool. Mega cool. Was, wenn ich jetzt ins Gesicht schieße? Mega cool. 50k. Aber wir können die nicht bauen. Ich schieße jetzt nicht. Ich schieße immer ein paar rein. Damit sobald... Ihr könnt keine bauen, aber du sie zu bichten hat. Aber die verschwinden wieder, ne? Ja, die verschwinden, wenn wir keine Materialien haben. Geh weg. Geh weg. Nee, Magnesium Powder. Magnesium Powder. Wie viel haben wir denn davon? Ja, Magnesium... Und dieser Oxygen Tank ist jetzt direkt damit verbunden? Mit dem... Mit dem... Refill Station da, oder was? Genau, ne? Hm. Aber wir müssen mal jagen gehen, Jungs. Bei Munition, du Posi. Na eben. Wieso nicht jagen ohne Munition? Ich geh nochmal kurz weg. Mach nochmal Munition. Kurz weg. Kurz weg. Nein! Fick dich! Ich brauch was! Entschuldigung, ich mach grad Munition. Ja, so ewig brauch's ja nicht. Das macht von da rein. Keufe jetzt... Krön, das ist echt schön hier. 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 Wieso hast du jetzt alles abgebrochen, verdammt? Kann ich nicht pusten. Alter. Ja. Siehste, Philipp... Philipp wird schon wieder müde. Wird aggro. Behinderst du nicht gelernt, du Fotze? Siehste, sei ich doch. Das meine ich. Scheiß Vaginalwarze, Alter. Scheiß Vaginalwarze, sagt er. Kann ich jetzt auch da ran? Ja, siehste. Ist doch 30 Munition oder was? Ey, Alter. Ich töte dich. Ich verpiss dich oder ich erschieße dich. Geht sogar noch mehr. Ja. Ich hau dir eigentlich... Du hast den Überblick oder was? Okay, ich schieße auch nicht auf dich. Ich würd gern, aber ich hab keine Muni mehr. Ja, ja. Ein Lauch, Alter. Der, dass er erst mal alles durchbauen lässt. Nee, wirklich nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Üch, jetzt ist mein Dreck umgefallen! Dein was? Dein Trink? Mein Dreck ist umgefallen. Äh... Ah... Hat mir jemand was zum Essen da? Nee. Deswegen brauchen wir ja Mundi. Ich hab Schlami noch. Jetzt hockt er nicht da in mir noch dran. Alter, Halt's Maul. Halt's selber. Halt's länger. Komm, ich schieß dir in den Kopf. Was meinst, wie viel wär's je mehr leben? Du oder ich? Ich? Meinst du Scholl? Meinst du Scholl? Meinst du Scholl? Hör zu. Vorhin hab ich's gesagt. Ja, hab ich zugehört. War interessant. Hier Position 1 und Ende und Bild Abbild. Ach, was für ne unmenschliche Taste. Oder einfügen und... Ich hab auf NumPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 im Autostruck gesetzt. Da fehlt mir ein... Da fehlt mir... Achso, fällt. Da fehlt mir ein, wenn ihr euch einen Hovercraft baut, könnt ihr Turrets verbauen, in die ein Spiel einsteigen kann. Jetzt geh mal weg, ich bauch was. Alter. Schiffs verboten haben noch unendlich Money. Hammer. Was, Turrets haben noch unendlich Money? Schiffs. Turrets haben noch unendlich Money. Das ist natürlich praktisch. Endlich. Du musst was gucken. Was baut denn der jetzt? Ne Pflanze. Ich bauch grad nur fucking Munition, also Halsmaul. Was? Irgendeiner hat ne Pflanze gebaut. Entschuldigung, mit nem Konstruktor könnt ihr auch ne Pflanze bauen. Objukeit. Obju... Obju... In Benutzung von Killerzwerg, bla. Wo isch denn der scheiß Ding jetzt schon hier? Ja, ohne willst du egal was voran gehst, ne? Du siehst immer Killerzwerg oben stehen. Ja, ist schon wirklich, oder nein? Ich hab doch gesagt, ich brauch was, ich find's nur grad nicht. Wenn du grad klappen willst... Sag mal, kann ich... kann ich chatten? Kann ich... kann ich irgendwas? Kann ich Tee? Ne. Tee. Ah, die Sonne gibt... Mit Tee macht man Sachen auch, du weißt, stimmt. Was? Du kannst mit YY nicht aufmachen... Ach, deswegen sieht das hier komisch aus. Nein, mit Y-Masch du doch ganzer Strom aus. Blueprint Library. Mann, deshalb kräftet auch Nemo. Ich denk grad, ob gerade das Spiel hängt oder so. Ja, Mann, 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 Mann. So, ich brauch nen Computer und 7 Metal-Komponents. Dann kann ich nen Kühlschrank bauen. Einen Kühlschrank? Ja. Und, was wollte ich eigentlich? Äh... das da. Metal-Komponents und Metal-Plate. Hä, wieso hab ich denn jetzt Fallschaden bekommen? Hab ich vorhin auch nie bekommen. Was soll denn der Scheiß? Metal-Komponents. Mödel-Komponents. 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 Naja, geh ich jetzt an Heel Station. Was rennt schon da immer rückwärts und dann wieder hin? Oh, gut. Nein, der da. Der kommt da nicht rein. Ja, mit Jetpack. Das ist das hier einfach. Ich drückte einfach nur kurz. Mit Jetpack. Du bist ja ein ganzer Wetter. Ah, ich hab auch nen Horten. Ja, ich wusste, dass das kommt. So, Death, was machst du da? Wo ist die Munition? Ich krieg langsam was Hunger. Ich muss dich essen. Wieso? Wenn du Hunger kriegst und stillst dich einfach hier rein und warfisch. Ey, ich kann endlich dran. Schön, dann hat Killer jetzt seine Salami geklaut. Ja, ich brauch was zum Essen. Zehn Munition. Ja, geil. Abgezogen. Ah, jetzt ist doch Nächste dran. Noch mal zehn. Abgezogen. Ich hab mir auch erst mal Munition abgezogen. Ach so. Wir haben Metal Pieces. Wir haben Magnesium Powder. Wir können auch jede Menge Munition machen. Ich mache jetzt auch ganz viel. Mann, lass dich doch erst mal zu Ende bauen, du Knecht. Ach komm. Wir gehen jetzt los. Nein, der muss das eh auch nicht verbauen. Der braucht das Zeug auch noch. Wir gehen jetzt jagen und wenn wir da sind, haben wir wieder ganz viel Munition. Ich könnte auch ans Gesicht schlagen, dann hab ich auch genug Munition. Ich kann auch dich looten. Komm mal her. Nee, ich geh lieber weg. Komm mal her, komm, komm. One on one. Nein, nein, nein. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Hä? Was ist denn da? Wir müssen Tiere jagen, Junge. Oder Corndogs sammeln. Ich höre ein Tier. Da. Kann man irgendwie auch zielen? Ja. Lass mal nachladen. Ignorierten Helfer. Mann. 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 Da hinten ist noch einer. Versuchen den Kopf zu schießen. Mach ich ja. Es rennt weg. Es ist Hurenvieh. Wieso rennen die weg? Es ist tot. Nein. Mann. 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 Nummer 5. Do mit einem See. 著ch. Damit positioning. Und da obenЕТ ich das ganz minimal rumlaufen. Dem kann ich leider nur in den Arsch schießen. Aber ich glaube Headshots gibt es hier noch gar nicht. Doch. Sicher? haben sie schon gesagt okay und wo ist der kopf des wurms ich denke mal das maul wo ich der kopf des wurms wenn was schreit dann hast du auch nicht oder was ich töte ihn ist es einfach sein ich meine doch die anderen ja aloe vera 1 wiebel sieht aus wie eine zwiebel aloe vera gut wir haben jetzt eine station ich bin noch mehr so oldschool wir können zurück ich habe ein bisschen salami wo ist denn wo ich will in benutzung von killer zwerg was da bist immer der ja eigentlich schon ja keine ahnung machen wir jetzt so und jungs nächstes mal seht ihr wie ich an philips salami knabbar oh scheiße was ist das denn für ein geiler blitz gewesen hier ist schon die ganze zeit gewitter das sieht so geil aus das sah gerade richtig geil aus egal ich muss die folge ich habe keine muni mehr wie es auch so geil ich guck mal ist die muni occupied bei killer zwerg damit beenden wir mal die folge für heute vielen dank fürs zuschauen total übermorgen wieder rein und macht gut bis dann